previously on the walking dead hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge the walking der der neue Frontier Episodium Design Patient 0 oder? Nee, ne? Oh, wollt ihr uns helfen? Wie die so'n Rudi an, da kann ich mich überhaupt nicht rein. Ja, wie man das noch mal sieht. For real? Ja. Javi, nicht! Hey. Wie wir dich nennen? Sorry, ich habe mich vergessen. Das ist Paul. Aber meine Freunde sich nennen mich Jesus. Jesus, motherfucker. Ich wusste gar nicht. Du bist einer von ihnen? Du bist gar nicht wahr, sie ist. Wenn du mich möchtest, möchtest du mich möchtest. Wie würde ich mich möchtest, möchtest du hier? Und stehe. Nein, du nicht. Holy shit! Da ist er. Der verscheulende Bruder. Da ist er. Eine. Da dauert noch so lange. SSD und so. Komm. Stoff. Heute noch. Dauert denn da immer so lange? Nein. Nein. Dauert. 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 Ich bin in der Bezug auf die Straße ein bisschen. In front of the Wallace's house. Ich wünsche mir nur eine einfache Weise, um es zu holen zu bekommen. Und dass wir nicht mehr Leben und Leben haben. Every damn day. Für Essen und Wasser. Und Gas für den Stoff. Am ich babbel? Ich babbel, wenn ich Angst bin. Ich schluchze. Ich werde das einfach mit. Und? Nur einer? Irgendwas anderes zum angucken? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Natürlich ist es. Warum würden wir so gut sein? Ich meine, es ist nicht wie wir brauchen es oder nichts. Bist du? Bist du, Kate. Vielleicht gibt es noch etwas, was wir können. Ja, okay. Vielleicht. Aber wir kamen hier für den Tank. Ich habe nur gedacht... Das eine Zeit, wir verdammeln, eine fucking Pause. Nicht richtig. Mit Zombie. Ja. Ist richtig. Danke, Kate, fürs Helfen. Bäm. Schön auf den Boden geslammt. Du bist ein Hammer, jetzt! Gib mir dein fucking Hammer! Was dauert so lange? Noch mal drauf treten, um ganz sicher zu gehen. So fucking scared. You froze. It's okay. I wanted to kill it. I really did. I know him. That was one of Cape's friends. True. He was so sweet. You always had a smile on his face. Cape worshipped him. I'm sorry you had to see that. I'm sure he was a good kid. He's not a kid anymore. He's just... One of those things. I don't even know what to call them. If they're not people. If they're just the dead. Muertos. That's what we call them. I thought we were gonna die. I thought Gabe and Mariana were just gonna wake up and we would just be gone. When it was on you. Oh my god. I'm right here, okay? I'm here. You're here. We're still alive. That's what matters. Can we go back now? Where else are we going? Like I said... We're going back now, Kate. We're going back now. And we're in the edge, Kate. Ich weiß, wir alle wollten hier in der Haus bleiben und warten für David zurück. Aber es ist drei Monate seitdem er mit deinem Mutter ist. Was hast du gesagt? Wir sind nicht sicher hier. Nicht mehr. Du und ich könnten uns getötet haben da draußen. Für eine empty can. Da muss man ein saferer Ort sein da draußen. Somewhere nicht so isoliert. Also? Wir gehen. Wir gehen woanders. Somewhere safer. Somewhere mit verrückten Wäldern, okay? Und eine Gange, die 20 Meter groß ist. Du glaubst, die Kinder werden glücklich mit diesem Plan? Die Kinder werden verstehen. Und wenn sie nicht, dann können wir sie einfach sehen. Wir müssen gehen. Warum? Was wenn ich nicht verlassen will? Shut up, kid. Wir sind sicher in der Haus. Und ich glaube, wir können mehr Essen finden in der Näheberhöhung, wenn wir nur noch stärker sind. Wir sind schuldig. Wir sind schuldig. Every time we leave you guys alone. Und es wird nur noch schlimmer. Es ist besser zu gehen jetzt. Wir gehen jetzt. While wir noch nicht können. Aber was ist dein Vater? Er ist tot. Er ist tot. Was wird er denken? Wenn er kommt und wir ihn verbrechen haben? Wir müssen ihn nicht wieder finden. Ihr Vater will uns das machen, Gabe. Er will uns überleben. Wir haben überleben. Wir haben überleben. Hier. Bei Hause. Barely. Entschuldigung, Gabe. Aber... Javi ist richtig. Wie geht's? Du gehst und ich bleiben hier. Du bist ein Kind. Das ist nicht so funktioniert. Das funktioniert. Ich kann sich selbst auswählen. Wenn ich eine Hilfe brauche, ich will nur... fragen meine Freunde. Gabe? Schöne? Was? Was ist mit ihr? Warum ist sie so wunderschön? Uncle Javi? Ich werde dir, wenn du älter bist, okay? Just tell me. Ich kann es mitnehmen. Ich kann es mitnehmen. Ich glaube nicht. Wir können ihn nicht lieben, Javi. Er muss wissen. Ihr Freund, Drew, aus der Straße... ... 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 Der Mann ist er. Vielleicht war er nicht die letzte Mal, die du ihn gesehen hast. Aber du sagst dir selbst, es ist schon lange. Was war er als du, wenn du ihn wusste? Die Leute zusammengekommen? Er war glücklich, dass du dich da oben gesehen hast. At least, zuerst. No matter was, dass er andere Menschen zeigen kann, er hat ein guter Herz. Er könnte sich unter einem Tonnen von Schein, aber es ist da drin. Ich hoffe, er ist der gleiche Mann, wie du erinnerst. Wenn dein Bruder wusste was, was in Prescott geschah, er hat eine Antwort für ihn. Sie alle tun. Ich versuche das zu Conrad. Ich werde nicht einfach die Dinge schlafen. Ich habe nie wirklich einen Mann von Eye for Eye, aber... die Leute sterben. Wir müssen die Fähigkeiten abschneiden. Wir müssen sehen, wie wir spielen mit ihren Regeln. Gehen mit dem sie sagen. Okay, für jetzt. Dann, wenn die Zeit richtig ist, dann ist das, wenn wir die Justiz haben. Hey. Hey, gut. Hey. Was für die Rest von meinen Freunden? Sie sind nicht gezwungen. Hurry up, jetzt. Hey. 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 langsamer jüd hier ne weiter dich im auge noch so ein ding weißt bescheid go along with them for now that doesn't sound good we have a process our own way of doing things your guys better not have a problem with that things don't go well for troublemakers here oh that's clear of course not we're happy to be here it's good to see you alive brother same here so viele leute where are we going kate asked for you i thought you want to check on listen javi gabe he told me some pretty messed up things things i need your help wrapping my head around he shouldn't have done that i wanted to tell you myself bad news is bad news who cares who delivers it he told me you lost mariana just a few days ago oh i'm sorry david she's she's gone it's strange grieving for the same person twice like losing something you didn't know you had what was she like javi she was so little when we got separated who did my little girl become mariana saw things that other people didn't she uh she told me she wanted to write down her memories to keep them alive after she was gone sounds like her always was a dreamer how how did she die tell me how it happened please i need to know she was just standing there minding her own business she just found her lost headphones in the dirt she was smiling and then someone put a bullet in her head what kind of animal would just open fire on her like that an animal with your mark my people aren't in the habit of killing little girls david i was there they shot kate too ask your buddy at the gate if you don't believe me max was a part of this fuck i need details what the hell went down out there i need to know exactly what happened everything you remember bastards knocked me out and threw me in their truck i got away near this town prescott the same assholes attacked us there their leader flooded it with walkers and tear gas leader a crazy bald guy with a beard badger what the fuck have you done now i'm gonna handle that stupid son of a bitch okay do me a favor keep this to yourself the politics here they can get messy i thought you were the boss there's four of us that run richmond you need to impress the other three or you'll be back on the road by morning hmm try not to stir things up in the same way you and your friends could have a very short stay fuck that they'll have to drag me out feet first cut the shit out well that'll be exactly what happens i run security here but it's not like my word is law this shit with badger doesn't make things any easier who's the fresh meat ava is my brother javi the baseball brother no shit what are the chances of you turning up on the doorstep welcome to civilization or at least the closest thing to it these days my brother talked about me all the time at the start all good i hope i think you know the answer to that eva's my right hand if there's anyone you can trust in richmond it's her and there's a magazine that woman a fucking soldier she was the first person i met up with after you and me got separated i never would have made it without her gabe said you went back to the house at the start i'm sorry i never found you we waited for you for three months eventually the house was overrun and we had to move why didn't you come back mama and i got routed out of the city on the way to the hospital it wasn't long before she i couldn't get back in the baltimore so i hooked up with my old unit we thought we could build a safe zone outside dc as you can continue and everyone else i thought you were all dead but you were taking care of weren't you somehow you found a way i'm not gonna lie i never thought you added in you i wouldn't be here if it wasn't for kate is that right this is where they treat kate don't get comfortable when i stand long vielleicht kann ich ja irgendwas mitnehmen was sie vielleicht nicht mehr brauchen muss aber heimlich gemacht werden dafür kann er sehen wir wollen ja nicht unnötig ärger machen gut sieht's aus hey hey kid got everything you need uh yeah this place is like a resort check it out javi noodles in a cup we need to get you some real food stat turn you into a soldier javi i'm glad you're okay i'm a lot better seeing you damn it's good to have you back look at this family look at my wife isn't she the most beautiful woman alive come on with the lights off you could mistake me for a walker a damn fine walker gross you're a lucky man david we're all lucky i'm fine i just needed to talk to you alone i'm scared javi more than i was the whole time on the road even when i thought i was going to die everything inside me screams to get away from here these people are killers and david david threw his own brother in a cell yeah i know what you mean this place gives me the creeps i'm glad to hear that i was afraid you'd been won over by the security here it's always been you and me on the road javi that's how we've made it this far please promise me we'll go back to that the first chance we get this place it's a cage the prison we can't let ourselves get locked in i'll find the way kate you have my word and rest up you're gonna need your strength thanks i feel better knowing we're in this together but please hurry i i don't want to be left alone here feeling better how you doing sweetheart david reported some pain it's less now strange how it just comes and goes doesn't seem normal i think she pulled her stitches when she sat up her stitches i doubt it but pain often comes in waves with abdominal wounds i'll give you something to take the edge off in case it comes back truly superlative work i thought i'd have to operate but all she needed was iv fluids and some antibiotics how did you find someone with skills like these wound like this kills nine out of ten whoever did this really knows their stuff that would be eleanor one of my friends you threw in quarantine she's no use to anyone there we should let her out i'll vouch for her agreed i'll have ava bring her here i want to meet this eleanor i'm sure she'll be an asset to our community you can't just cherry pick who you want why don't you let them all out can they all perform surgery on a dirt floor with a pair of pliers and no anesthetic there's your answer javi and i have to go meet some people now see if we can't brew he's worth a damn we're gonna take real good carry okay so my apologies david i won't be able to make it feeling okay fine i just want to keep an eye on my patient the others know my vote is with you come on good we already have two candidates remember what i said when we meet these guys keep what happened to mariana to yourself badger is one of my guys they accept their husband and I'm gonna handle him the hundreds of years who do you love it they also don't do your husband like their husband well he doesn't love her husband like her husband like her why many years had we actually been on and where with you two three years four Ja. 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 Ah! We value straight talk here, so please. Forgive me if I seem direct. We're usually pretty strict about who we open our doors to. Your brother's word counts for a lot. Is that so? The three of us and Doctor Lingard make all the decisions here. So, yeah... People who choose to stay with us, they have to deal with us bossing them around. Not saying you wouldn't, but it can be an adjustment. Especially for more independent-minded. Es gibt keine Struktur. Die Leute verwendet sich zu tun, wie sie versuchen. Du sagst die Linie. Er wird mir antworten, wenn er nicht. Als Joan und ich mit deinem Bruder haben, er hat seine Hand in Fruit. Fruit? Wir haben ihn langsam verabschiedet in einer Orchard auf der Shenandoah River. Hotty-fuckin, huh? Ich habe ihn zurückgebracht. Wir hatten eine gute Runde da. Für so lange wie es dauerte. Was passiert? Was immer passiert? Wir haben die falsche Leute verabschiedet. Das hat uns begonnen. Was ist das? Wundernst du, was diese gute Art von Body Art ist? Das ist unsere Litmus-Test für Loyalität. Das sieht ziemlich intensiv aus. Das tut nicht? Es verbrannt in deine Flesch. Natürlich tut es tut. Es ist ein Signum von Commitment, nicht ein Budist-Symbol von deinem Jahr. Es war eine schwere Antwort auf ein Problem schwieriges Problem, und es hat nicht immer funktioniert. Aber bitte verstehe. Wir hatten einen schrecklichen Winter, kurz nachdem wir hier sind. Wir... Wir verloren ein großes Problem. Wir lieben die Menschen, die in unsere Leben verlassen haben. Protektieren meine Leute aus diesem Schmerz? Das ist das, was mich awake in der Nacht ist. Es hat mich in eine Perpettuale Night Owl. Ich weiß, es ist viel zu fragen. Aber ich will sie nie wieder erleben, dass sie wieder erleben. Ich weiß, wie Sie fühlen. Verrückt die Leute, die ich interessiere, zufragen. Es ist ein Schmerz. Ich will sie einfach aus dem Alltag. Es ist ein noble Ziel. Eine wertvolle Kampf für dich. Aber ich will sie nicht. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Es ist ein Schmerz. Was machst du hier? Ich schiebe es für ihn. Es hat ihn aus. Seit wann er es dir auf dich? Von dem ich hör, er ist gut mit deinem Bruder. Sie verabschieden ein paar Blöten aus unserer Strecke. Ist das richtig? Es ist eine Schmerz zwischen dir und Max? Nothing that can't be worked out. I want to hear that from Javi. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. Good. Because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. We caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max. Sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? Answer her. Did you steal gas from us? I was scavenging whatever I could find. I had no idea it belonged to you. If you just asked, we'd have given it to you. The lie. That's not all. Rufus said Clementine ran his truck off the road just to break him free. Clementine? The girl we had trouble with in the past. You can always judge a man by the company he keeps. Running with that girl don't look good. I would say not. Let's judge you then. You got some colorful friends. So what if Javi met up with Clementine? It doesn't mean anything. We kicked her out for a reason, David. Now the two of them are thick as thieves. This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits. We're trying to build something different here. Something resembling civilization. Everything I did out there was to protect my people. That's more than I can say for you. I'm not sure what you mean. Javi? You have something to say? One of your people. Some asshole called Badger. He put a bullet in a little girl. My niece. David's daughter. What? Damn it, Javi, I told you I'd handle it. No, David. This cousin fucking dirtbag has the balls to accuse me. He and Badger destroyed an entire town. That's enough. No. We need to hear this. Go on, Javi. Sounds like you've got more to get off your chest. They killed a hostage in cold blood. A woman. Francine. Badger did that. Not me. You were right there next to him. I tried to get him to stop. I swear. Cut off her damn finger first. Max! I tried to stop him. I swear. He was out of control. David, we warned you about getting your soldiers in line. We don't know all the facts. We know enough. She's right, David. You've lost control. I want them gone. All of them. Take Javi and everyone in the quarantine to the gate. Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more. Good. Back. Tschüss. Look, we can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here. Your doctor friend too. But the rest of you. You're gonna have to do what they say. I'm sorry. It's out of my hands. This is ridiculous. You have to do something. I... I can't right now. But maybe I can down the road. Just stay alive. Okay? Okay. So I have to go back again. Or what? Get the rest of you. No problem. Give me a minigun. Or the... Doom armor. The Doom armor. The Doom armor. I'm so sorry. Thank you very much for the money. Have fun. Let's work right now. Let's get back to the benchmarks. You're lucky that I need to увидеть your fucking eyes out with my thumb. You hear me, asshole. So, my weapon. Okay. David packed this. Ha 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 ha... Ich brauche nur eine Sniper, gib mir eine Sniper Ich habe dich verraten. Schau, wir sind nicht sterben. Das ist etwas, okay? Nicht noch nicht. Nicht noch nicht. Mal schauen, was sie uns gegeben haben. Mit ihnen ist es wahrscheinlich ein Schnapp und ein Schnapp. Sie können uns nur noch einmal schrauben. Oh, wie ein Schnapp. Was ist das? Oh, mit einer Karte. Sieht aus wie eine Karte. Ich glaube, dass sie einen allen geben. Ava sagte, David packte die Karte. Warum ist es zu einem Baseball-Karte? Davids Gefühl der Humor war immer schlecht geimpft. Ja, macht das auf. Genau. Wo da oben jetzt die Wachen stehen, ne? Mann. Okay. Da ist Richmond. Das hilft. Aber wir können nicht zurück ins zu gehen. Und wissen, wo es ist, muss uns wissen, wo wir sind. Ja, das stimmt. Man sieht, dass sie sich öffnen. Sogar diese Ahnung sind stark. Das ist klar. Ich bin sicher, David will uns da gehen. Und wenn das hier ist, dann denke ich, dass wir diesen Weg gehen können. Wir haben einfach nur nach dem Norden. Und um nach dem Norden... Wir müssen den Norden finden. Das ist es. Wir müssen diesen Weg gehen. Was noch da ist? Nicht ganz viel. Blatt, nicht genug Weapons. Kein Essen. Los geht's. Tripp, komm. Was geht's? Ich kann keinen anderen verlieren. Ich sage dir, ich kann nicht. Prescott, Conrad... Vielleicht Eleanor. Es ist zu viel. Schau dir die Scheiße, Tripp. Du bist besser als das. Wir sehen uns. Entschuldigung, Mann. Ein schwerer Tag, zu sagen. Ich weiß, du hast mein Back. Und ich habe deine. Natürlich. Nach dir. Ja, wollen wir mal. Auf geht's. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Sniper finden. Ja. Mit Charlie, natürlich, ne? Ja, klar. Mit Charlie, natürlich, ne? Ja, klar. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte gesagt, dass sie heiratet mit... nicht du. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nur... ...zuregen. Was ist die Geschichte? Es ist nicht mein Geschäft, ich weiß. Aber... ... was haben wir hier zu verlieren? Ich bin ehrlich gesagt. Entschuldigung. Ich bin einfach nicht so gut. Okay. Entschuldigung. Es ist immer ein Schmerz, nicht? Was ist das? Was habe ich da gerade nicht gelöst? Wird immer was anderes als hier sein? Wird immer was anderes als hier sein? Weißt du was ich meine? Just when you think you got everything figured out. Boom. Hart goes ass over tea kettle. Ich weiß nicht. Ich denke, dass es so kompliziert ist wie du es lässt. Die Unterschied zwischen dir und mir, Bruder. Ich weiß, dass Elinort gesagt hat, dass sie und ich wir... ... was wir waren. Aber... ... das ist jetzt vorbei. Ich entdecke sie. Ich kenne ihre Worte. Ich wirklich kenne. Ich kenne. Ich wünsche mir einfach meine Liebe im Kopf. Ich wünsche mir... ... hat mich die Liebe. Ich wünsche dir den Kopf. Ich wünsche dir meine... Ich verstehe, Mann. Ich wünsche dir zu deinem Leben, was ich zu tun. Ich glaube es ist. Wir sind ungefähr ein Quartiermiel entfernt. Wir gehen gleich wie wir sind. Aber wir können walkern auf jeden Fall. Wir besser fahren. Fokus! Okay, schau dich Leute. Ich hab ihn. Warum wo ist sie denn? Machen wir ihn auch nochmals? Oder macht er das auch nicht? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Komm schon, Mann. Geh dich. Ich bin der Fall. Du willst ein Stück von dieser? Boing! Boing! Nehmen Sie! Du hier? A New Frontier kicke you out? Doesn't surprise me. Not one bit. Not all of us. Kate and Gabe are still there. With David. David? That asshole's still around? This is gonna sound really weird, but... He's my brother. What? Wait. This place we're going, David sent you there? Supposed to be safe. Clem. You can't trust him, Javi. I learned that the hard way. I never wanted to need people again. But I had nowhere else to go. The New Frontier gave me this and made me one of them. They promised they'd help him. That turned out to be a lie. Oh, okay. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Do the medicine you need, AJ. I don't care what they say. I don't care. I know it's all. What? I didn't know it's all right. You're a little too. I'm giving you a... I'm giving you a little bit more money to the life. More money to the life. I'm the only man who does this one. You're a big part of a life. But I'll have to have to throw it. I'll have to go. No, no, you, it's gone. That's right, yeah. That's right. Just like that little guy. Der super funktioniert. So. Was nehmen wir denn jetzt damit? Ich hoffe, ich muss das nicht benutzen. Hier ist es. Es müsste ein Schuss sein. Natürlich. Das wird dir nicht gefallen, kleiner Mann. Wie viel müssen wir denn machen? Klem. Dr. Lingard? Was ist mit dir? Ich bin gut. Klem, bitte nicht. Das Vancomycin. Das ist das letzte von ihnen. Es wird auf A.J. Ich habe dich gesagt. Es kann jemandem leben, wenn man richtig benutzt hat. Es ist zu wertvoll, wenn man ihn wegzunehmen. Es ist die einzige, die ihn beschädigt hat. Aber es kann nicht. Entschuldigung, Klem. Ich versuchte alles. Ich... Ich versuchte alles. Das wird ihm verbessern. Nichts kann jetzt helfen. Ah, Klem. Ich versuchte alles. Sie versuchte alles. Vielleicht kann man das alles wissen. Sie wissen, was sie tun. Sie sind hier für die Hörstung. Sie ist nicht mehr Zeit. Ich muss versuchen. Hey look AJ a bunny rabbit What the hell is this It was a bad idea You fucking high again Pull yourself together before the others see you Deal with the damn kid What the fuck were you thinking You were told those drugs couldn't help him How could you be so stupid So selfish You stopped trying to help I couldn't just sit here and watch AJ die We stopped because he was a lost cause That waste That'll cost someone's life down the road Someone in this camp Someone who contributes to our survival Come on David She was just trying to help her kid We helped enough We should have left him out in the woods a week ago But look It's helping It doesn't work that way Clem You bought him a peaceful moment Nothing more I wish I could tell you it would save him But that's the reality That's more than you did Any of you That's not fair You ungrateful little shit We opened our arms to you Made you one of us This is how you repay us By stealing By putting yourself before the group You're done here You broke our rules Clem Violated our trust There's no place for you in the new frontier You've made that pretty damn obvious I made the right call One you refused to make Well I'm making one now Get your shit And get out Maybe we should give her another chance Don't fight me on this Paul You know what Joan would say if she were here I'm sorry Clem You brought this on yourself Come on But Jesus I'm not leaving this place anyway Uh-uh He stays Can't take him with you That ship has sailed I'm not leaving without him AJ can't travel All we can do now is make him comfortable I'm not leaving without him Let him go Clem He'll only drag you down out there It's what's best for both of you No You monsters What about this? What was it all for? Don't forget I'm one of you Not anymore Let her say goodbye We owe her that much Least Fine You hurt her Say what you need to say Then you go Please don't make me regret this I love you Goofball I love you Come on Clem Ah Then you said what? Then you said what? Ooh Una spin Nice David Nice Nice Ich dachte, A.J. wäre derjenige, endlich. Derjenige, was? Derjenige, der nicht sterbe. Derjenige, A.J. hatte dich während er konnte. Auch wenn es nur ein bisschen war. Meine kleine Guffball. Derjenige, er nicht mehr in dieser Welt. Derjenige, der nicht mehr in dieser Welt ist. Hm. Entscheidend ist das nicht Jesus. Das ist was David circled auf dem Mac. Unsere Schmerzen sind zurück. Damn. Damn. Beep. 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 Wenn zu viele von ihnen sie gegen das spüren, das könnte es geben. Ich muss einen Weg in finden. Ich muss einen Weg in finden. Ja. Aber. Er ist noch eine kurze Pause. So, und wieder vorbei. So schnell geht das. Gucken wir uns mal das Rolltor an. Hey, will er nicht? Guck. Die Taschenlampe? Ja. Wie ist denn hier gerut? Oh, da hat ja irgendwas drinnen, ne? Poin! Griff des Wagenhebers. Ah, cool. Ich hab's. Ja, los. Da geht's nicht. Los. Leute. Leute, rein mit euch. Aber ein schöner Roundhouse-Kick. Der war gut. Solange wir die jetzt nicht kriechen können. Was ist der andere? Kommt der noch? Kommt der Tür. Oof. Und kick. 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 Hier ist ein Gun. Ach, ihn erschießt jetzt nicht, oder was? Scheiß auf David. Er war stärker als wir denken. Es war... ein Miracle. Du bist schief. Ich weiß nicht, Clem. Ich glaube, er wird schief über das. Du kennst ihn nicht wie ich ihn. Clementine, bitte, ich sage die Wahrheit. Wo? Wo ist A.J. jetzt? Ich weiß nicht sicher. Aber er ist in Richmond. Dr. Lingard hat den Mann, er weiß, wie ihn finden. Dann bin ich zurück. Wir gehen nicht an irgendwelchen, bis die Walken ist klar. Was ist dein Plan, David? Wir haben ein Fahrzeug in dieser Richtung. Provisionen. Ich bin, um dich zu holen. Und? Und sag's gut. Ich will nicht, dass du dich über Kate und Gabe beschäftigst. Ich werde mich über meine Familie von jetzt auf. Sie werden sicher mit mir. Das ist nicht passiert, David. Sie sind meine Familie als deine. Ist das, was du denkst? Vorher habe ich es checked, Kate war meine Frau und Gabe war mein Sohn. Schöpfe! Schön, ein Dropkick! Da, nicht mehr David. Da, nicht mehr. 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 Wo hast du das? Da, da. Da, da. Da, da. Aha. Ich habe nichts zu tun. Wir haben nur ein paar Basik-Suppliebe hier für scouts, für Emergenzies. Wer hat das gemacht, muss man sich stoppen. Das ist richtig, dass sie. Als wir wissen, wer. Wer weiß noch nicht über diesen Ort? Ihr Outfit ist der einzige, der meine Stadt gutte. Das ist größer als Prescott. Es gibt Spiele von anderen Stadt hier, auch. Die Stadt, die ich hörte, wurde ein paar Jahre später gegründet. Zack, da gibt's hier aus dem König. Look how many there are, all of you. Goddamn, Kurtz will lost. Who the fuck are you, Maria? What do you mean, Miss Miss, if you hadn't gone all Trigger-happy on David's family? Take over. Fuck him. Ich würde das kleine Blatt wiedersehen, um zu sehen, ihre Kopf zu fallen. Du bist sicher als helles dumm, nicht wahr? Du bist nur gerade das jetzt? Ich habe gesagt, Joan ist auf der Krieg-Ware. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist die Leute zu gewinnen, von all diese Sachen. Schau mal diese Scheiße. Wir sind in der Frickin' rollin' in es. Ich gebe dir das. Ich bin froh, dass wir noch ein paar Smokes gefunden haben. Das Scheiße ist das neue Gold. Und jetzt können wir sehen, deine Kopf, du Scheiße. David! Ich dachte, besser von dir, Max. Ich wirklich habe. David, komm mal, Mann. Wir sind ein Units. Ich hoffe, ich habe nichts. Bin ich auch noch was machen? Oder nur zugucken? He's getting away! Go! Get Badger! Komm, stellm, Junge. Komm her! 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 Ever since the junkyard, you were not going to fly in my way. If I'd have known you were David's brother, I'd have shoved that gas can down your throat and lit you up like a candle. But this... Ah! Fucking Garcias! You... You took my goddamn guts out. I'm... Fuck. You messed me up good. This... Is for Mariana. She was a sweet little girl. Just minding her own business. Not... Anymore. Fuck her. And fuck you too. Get it over with. Come on. What are you waiting for? We've gotta move. No point drawing it out. No. Let's let him turn. It's only right. He's all yours. Stop! Please! Raiding? Looting? You betrayed who we are! You betrayed Richmond! Come on, David. This is Richmond! What's that supposed to mean? What's that supposed to mean? There's no use holding out, Max. The best you can do is make things right. We... We weren't doing it without support inside Richmond. Hmm. Joan was in on it. We did it on her orders. She... She said we needed it to survive. I wanted to let you in, but she told me you'd never go for it. I'm... I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. Please! Don't kill me. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. I'll help you get back inside. Expose her to the others. Maybe he'll be useful. Thank you. Thank you. I needed that. Is okay. Can you say. Let's see if we can get something to us or not. We'll see what we can do. Let's go. Oh. Where's Lonnie? He gave us the slip. Hightailed it back towards Richmond. Son of a bitch. If you warns Joan. Wasn't there one more? Won't be hurting anyone else. My people need to know about what we found here. What about your missing friends? I'm not holding on my choke. Don't have time to keep looking. They want me to get home and warn them. So that's what I'm going to do. Sooner the better. You sure you won't stay. We need your help. So do others. I won't forget about you. You have my word. It's a shitstorm out there man. I don't see how you gonna make it. One step at a time. I'll read that. I will read that in Richmond. I have loved ones in there. We both do. We all do. We all do. Wir brauchen die Mitglieder in Richmond. Lingard und Klint, sie sind unsere besten Beine. Wenn ich sie vor, bevor Joan geht, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß, dass ich bereit war, zu sagen, vorhin zu sagen. Aber ich kann das nicht ohne dich tun. Kann ich auf dich sein? Ich kann das nicht selbst ausziehen. Okay, aber ich erwarte, dass wir eine Erstklasse behandeln, wenn wir fertig sind. Keine Quarantäne für mich oder meine Freunde. Nur die röde fucking Karpette. Natürlich. Alles, was du brauchst. Lass uns das machen. Wenn Lonnie die Alarm aufsteht, werden sie uns auf den Garten warten. Es gibt einen Weg nach und zurück, der uns in irgendwelchen Zentren holt. Wir können Badger's Auto nehmen. Ich wüsste, dass er sich nicht. Komm schon, wir müssen auf den Weg gehen. Er wird nichts dagegen haben. Heard ist es zu Ende. Mal gucken, was wir jetzt noch alles so machen müssen hier. Ich bin mal gespannt. Aber so hoch gezogen. Ich denke, das wird viel besser gehen, wenn wir umdrehen. Eine Gruppe, die so groß ist, kann nicht genau umdrehen. Auch wenn sie uns erwartet. Eleonor ist irgendwo da. Ich gehe nach ihr. Lingard hat sie in der Klinik gebracht. Das ist dein Bestes Betten. Das ist dein Bestes Betten. Javi, das ist woher du gehst, um Kate und Gabe zu holen. Dann bringe sie in meinem Haus. Das ist das mit dem Raven auf dem Hitching Post. Wir werden alle dort treffen. Nachdem ich ein paar Besuche mit Joan. Bleib aus der Sicht. Sie werden einen Augenblick für uns. Als ich in Kate und Gabe zu holen, dann sehen wir dich wieder in der Haus. Das ist das. Ich werde mich vor. Ich werde mich vor. Was für dich, Clem? Ich bin ziemlich sicher, dass ich noch ein paar Freunde in der Neue Frontier habe. Wenn sie wissen, wo A.J. liegt, sie sagen mir. Als ich ihn finde, dann nehme ich den Auto und gehe ich aus hier. Na, du hast ein Auto. Das ist ein Auto. Du hast einen Augenblick auf David. Er ist vielleicht gut zu spielen, aber ich würde mich noch anschauen. Gib mir ein wenig Geld, Clem. Ich kann es dir, David. Ich hoffe, dass du richtig bist. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich falsch. Vielleicht ist er nicht der Mann, ich glaube, er ist. Wir werden sehen. Ich sehe dich, wenn ich dich sehe. David sagte, dass du eine Runde an diesem Umfeld hängen hast. Es scheint klar zu sein. Lass uns gehen. Ich weiß, Javier Garcia? Ich war ein Shortstop für Baltimore. Das Javier Garcia? Das ist der Javier Garcia? Das ist der Javier Garcia? Der Javier Garcia ist der Javier? Das ist der Javier? Das ist der Javier Garcia? Ja. In der Anywayste, das ist eine Paranäuser-Kalbauer. Der Javier ist ein Ballparkverleid. Da ist der Krankenbäckige Center. Wir gehen, wir kommen, wir kommen El, wir kommen Kate und Gabe. Fenster, haben wir noch was anderes? Wir mussten ihn ja irgendwie loswerden oder und wenn sie Angst haben das jetzt alles da abpackelt wegen dem Elektromist, dann lieber Soba. Er freut sich. Wir wussten Sie waren... Ich war super worried. Wie viel. Hey, buddy. Ich bin gut. Ich bin gut. Sie sagten Sie, Sie waren verabschieden. Das ist wahr. Wir sind auf Zeit langweilig. Die Leute, die in diesem Ort gehören, sie sind verabschieden. Wir müssen gehen. Wo ist mein Vater? Ist er gekommen? Javi! Wo ist er? Ich bin gut. Wir gehen mit ihm. Entschuldigung? David hat eine Haus in der Stadt. Er denkt, dass wir da gut sind. Dann gehen wir. Ja. Javi? Während du weg bist, diese Frau, Joan, kam bei. Ich fühle mich, dass sie mich befestigte. Es war schrecklich. Sie hat gesagt, dass David in der Probleme war. Er ist nicht mehr in der Hand. Sie hat gesagt, dass ich Gabe und ich nicht brauchte, aber es macht mich nur mehr. Ich habe ein schlechtes Gefühl von ihr. Joan ist ein schrecklicher Operator. Du kannst nicht glauben, ein Wort sie sagt. Das macht mich genau an. Es sollte nicht. Die Leute, die dich schraubt haben, antworten sie. Sie hat sie verabschieden. Wir haben alle diese Sachen von Prescott gefunden. Sie war hinter Prescott? David ist auf die Allies, um sie zu konfrontieren. Javi, ich weiß, dass du das bereits wissen. Das ist nicht unsere Kampf. Wir haben bereits Maury verloren, wegen dieser Leute. Jetzt ist der ganze Ort zu werden. Was? Was meinst du? Ich verstehe dich, Kate. Aber wir können sie einfach nicht einfach wegnehmen. Du kannst mich nicht hören. Das ist nicht unser Problem. Was ist passiert? Tripp sagte, wir hatten wir zu David's Haus. Wir machen das nicht. Wir werden die fuckte aus der Richmond bevor es zu lange. Gehen raus? Du solltest nicht sogar aufstehen. Was? Was ist mein Vater? Wir können ihn einfach nicht verlassen. Was? 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 Okay. Nein! Ich weiß, ich weiß, sie ist schwer, aber ich weiß nicht. Es wäre schön zu hören, dass sie gut ist. Wenn wir mit ihr, sie könnte wirklich eine Freundin nutzen. Ja, ich auch. Wir müssen gehen, okay? Okay. Sehr schön oben. Ich bin sicher, es ist wie Weihnachten alle Morgen. Niemand lebt für Krieg. Ich bin sicher, es ist nicht so. Du warst nicht da, Javi. Nicht wie ich war. Du hast dein scheiß Zeit. Komm schon, wir müssen hurry. Wait a second. David hat uns gesagt, wir kommen hier. Er spricht mit den anderen jetzt. Trust mich, es ist über die Fliege. Er braucht unsere Hilfe. Wir müssen uns auf den Weg gehen. Er ist für uns. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Holy shit. Komm schon, wir gehen. Es wird sicher hier. Keine Angst. Let's go. Move. Move. Ja, ja. Ich würde mich nicht sagen, David. Wenn das über dein Bruder ist, dann... Nicht so, dass du nicht wissen was, was das ist. Du hast viel zu antworten. Ich? Du musst dich schützt. Havi? Kate und Gabe? Es ist sicher. Ich wusste, dass ich dich auf dein Bruder wäre. Wir machen uns das zusammen. Wir machen uns das zusammen. Es ist vorbei, Joan. Du kannst du dein Posturieren. Posturieren? Was ist das alles? Sie hat sie ordentlichen Raids auf die Gemeinden friedlichkeiten gelegt. Sie senden deine Männer zu murderern und lüten. Raiding? Joan, ist das wahr? Er schlägt die Finger an alle. Erst Badger, jetzt ich. Das ist eine sehr wichtige Anfrage. Du kommst in die Schwung, du besser hast die Proof. Hier ist unsere Proof. Diese Loh-Life war Teil der Raids. Ich... Nun, Max. Was hast du gesagt? Don't be afraid of her, Max. Wir haben deine Brücke. Ich, Badger und Lonnie, wir haben die Ops. Von Jones' Orders. Gott, Max. Ich werde meine Hand von diesem Mann. John. Wie könnte du... Die reale Frage ist, wie könnte ich nicht? Was würde uns mit uns passieren, ohne deine Fertilizer, Clint? Oder deine Päume, Paul? Du denkst, dass unsere Gemeinschaft überwürdigte? Ich habe das, was ich hatte, um zu verabschieden, dass wir es. Ich würde. Es war nicht einfach. Aber jemand hat es gemacht. Ich habe das, was ich verabschieden. 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 Ich weiße, was ich verabschieden werde. Ich habe das, was du vetzt andet. Ich habe das, was du möchtest. Ich bin glaube ich, was du mit ihnen machen willst. Crazy bitch. Ja, Paul. Aua. Natürlich. Umhänge ich immer ruck auf den Nacken. Immer was passieren. Kaputt gehen und so. Folge 3 über den Gesetz geschah. Juhu. Hast du den Wunsch deines Bruders respektiert? Du und 65% der Spieler verlangten Gerechtigkeit für den Mord an Mariana. Hast du versucht, RJ zu retten? Jupp. Hab ich schon. So wie 85% der anderen auch. Wie ist Bager gestorben? Du und 22% der Spieler ließen zu, dass Bager sich verwandelt. 5,4% der Spieler töteten Bager schnell? Aha. 66% der Spieler schlugen Bagers Schädel ein. Wobei schnell heißt wohl, dass man ihn relativ am Anfang schon töten kann. Leute. Und 5% der Spieler ließen jemand anderen Major. Was fand ich daran, dass man das auch nicht zu bewычно ist? Ja. Ja. war ja eigentlich unser Druckmittel. ne? so der zweite Augenzeuge sag ich jetzt mal auch wenn es im Endeffekt nichts gebracht hat weil der Doktor und der Landwirt nenn ich ihn jetzt mal sich ja denn trotzdem nicht gegen sie gestellt hat auf welchen Seite hast du dich im letzten Endes geschlagen ich in 53 Prozent der Spieler hätten sich in Davids Plan ja der war ja auch ganz gut somit waren sie erstmal in Gefahr so nehme ich und nicht anders das war eine wilde Reise heute das war eine richtig wilde Reise heute so haben wir glaube ich noch zwei Episoden übrig 4 und 5 haben wir denn noch übrig die machen wohl nächste Woche würde ich dann sagen da waren echt ein paar krasse Storys dabei du weißt auch manchmal nie wie die Motivationen der einzelnen Charaktere sind du weißt ja nie kannst du denen jetzt vertrauen was die dir da sagen oder kannst du denen jetzt nicht vertrauen kannst du denen beim Wort nehmen oder nicht das ist halt manchmal echt schwierig jetzt im Nachhinein beim zweiten Mal zocken sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus aber beim allerersten Mal zocken ist es so schwierig die Leute allein zu schätzen und dann ist es so wichtig die Leute Wie hättet ihr euch denn entschieden? Aber ich muss sagen, bei dem Spiel ist es mir auch schon wieder aufgefallen, ich lese da was und ich finde, okay, das passt zu dem, was ich eigentlich sagen will und dann drücke ich das an und dann passiert wieder komplett was anderes, wo ich mir dann so denke, nee, das ist aber nicht das, was ich da gerade gelesen habe, ja, war jetzt auch schon wieder zweimal oder so, zweimal irgendwas angeklickt, wo ich der Meinung war, das ist A und dann war es aber doch irgendwie fett, okay, stand aber nicht so da. Puh, was für eine Episode, was für eine Episode. Uh, da geht's dann weiter, oh, da kämpft man nicht in der Schrift oder was? Ah. Jo Leute, das war Folge 3 über den Gesetz, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser Folge. Falls ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, dann Episode 4, Dicker als Wasser. Bis dahin, macht's gut, tschüss.